KI und Hochschule bedeutet für uns, die vorhandenen Werkzeuge in das wissenschaftliche Arbeiten mit einzubinden. Und auch natürlich Chancenrisiko, dadurch, dass man das kritische Denken sowohl fördern als auch hemmen könnte in Zukunft. Das Besondere hier am UFF ist die tolle Atmosphäre, die Vernetzungsmöglichkeiten, es ist hier wirklich schön. Und überhaupt die Möglichkeit, unser Projekt vorzustellen von einem großen Publikum. Der KI Campus ist für uns eine großartige Möglichkeit, dass Menschen sich mit KI auseinandersetzen können und mehr darüber erfahren können. Und auch sich in der Zukunft weiterentwickeln können.